So, wir sind beim zweiten Teil. Und zwar, wir sind jetzt älter geworden. Wir sind ein großes Mädchen. Davor waren wir ein kleines Mädchen. Ja, viel verändert hat sie sich nicht. Sieht immer noch gleich aus, nur ein bisschen größer. So, jetzt, achso, da habe ich gespeichert. Wo renne ich denn schneller? Achso, ja, unser angeblicher Vater. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt unser Vater ist, aber der ist, ja, irgendwie nicht da. Ach, da oben. Er steht einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Ehe, achso. So, ist alles in Ordnung. Gut, dass ich Spuren lesen kann. Was soll die Verzögerung? Hm, wir machen mal auf schlau. Ich weiß nicht, dass wir jagen gehen. War mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Natürlich. Ich möchte viel lernen. Naja, nicht wirklich. Man kommt hier immer wieder rein. Wenn du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Äh, das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Mein Handy ist im Weg. Mein Mikrofon. Ist sonst noch was mit dir? Nach der Erprobung. Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Oh, ich muss es gleich heulen. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Karst vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Heute Nacht? Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Heute Nacht. Ich werde heute Nacht eine Stolperfalle brauchen. So. Ähm, ja. Also erstmal, ähm... Hier runter. Hui. Ist ja ein bisschen was wie Tomb Raider. So. Ach du Kacke. Ernsthaft, da muss ich hin? Bis dahin. Leckt mich doch am Arsch. Kann ich da raus und rein zoomen? Nee, oh, scheiße. Äh, ja. So. Also ich bin da. Ach du Kacke. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das ist ja sogar dreidimensional aufgebaut, die Karte. Seht ihr das? Das ist richtig hier mit Schluchten und allem. Was ist das? Plünderer-Areal. Okay, das muss ich aber alles machen. Da ist Speicher. Das ist ein Speicherort. Da auch. Und da muss ich hin. Geh auf die Jagd nach Lo... Lo... Was? Lohe und Scherben. Sind... Was sind Lohe? Ja, Scherben ist klar, aber Lohe weiß ich nicht. Wieso gibt es hier so viele Speicherplätze? Stirbt man da oft? Becken, Nordtour. Also okay, also ich gehe jetzt erstmal zu dem hin. Kann ich da einen Wegpunkt setzen? Ja. Okay. Ups. Ähm... Ich denke mal, da, wo das Fähnchen ist, muss ich hin. So. Oh. Das wird sich nach der Abprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ja, wie oft will sie diese zwei Tage noch ansprechen? Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Meine Güte. Ist aber sehr weit. Muss ich in dem ganzen Spiel laufen, oder habe ich dann irgendwann auch ein Transportmittel? Weil ich glaube, dann wird das echt ein bisschen, ja... Sehr sportlich jedenfalls. Oh. Ist hier was? Sie atmet auf jeden Fall mal schon mal nicht ganz gesund. Ach ne, da ist ein Feuerpfeuers. Da ist was. Eis rauf, weil Wurzel irgendwas. Wo ducke ich mich denn noch mal? Ach da. Ich habe mein Ducken vergessen. Oh. Ich habe schon auf mich aufmerksam gemacht. Geh weg. Schön sei sie jetzt. Was jetzt? Ich habe es doch getroffen. Ach nö. Oh, oh. Ah. Okay. Also, wir haben gelernt, ich bin im Schießen wirklich scheiße. Wo sind die denn jetzt hin? Oh, oh. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen entfernen. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ich drücke immer auf den scheiß falschen Knopf. So. Na, wo sind sie denn jetzt alle? Da. 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 Was ist das denn für Musik? Oh, da vorne ist einer. Oh, da vorne ist einer. Oh, da vorne sind. Mann, guck doch zu mir. Mann. Mann. Okay. Aber... Wie soll ich jetzt gegen die drei hier klarkommen? So... Stelle Feuerpfeiler... Moment. Nee. Oh Mann. Nein. Mann. Ich muss eigentlich direkt in das Auge zielen. Na put, put, put. Er leckt mich doch am Arsch. Ja put, jetzt aber. Yes. Volle Kanne. Getroffen. Okay. Nächster. Ach du Kaffee. Oh oh. Yes. Oh Gott, bin ich gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut bin in dem Spiel. Okay. Okay. Da ist noch ein Pferd. Yes. Boah. Ich bin echt grad echt mega begeistert. äh, ja. Ich bin so gut. Naja, so gut auch wieder nicht. Aber, ähm, ich bin gut. Okay. Okay. Was ist da? Da kommen sie. Wo denn? Ah, okay. Da sind noch mehr. Okay. Okay. Oh. 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 entspannen. Yes! Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh. Ah! Kann ich um Steine dagegen werfen? Ich will aber nicht. Ach du Kacke. Ah! Ich renne aber eher weg, ne? Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Gott, ich schieße da voll daneben. Hau ab! Okay. So. Aber das Lustige ist, ich habe ja kein weiteres Mal irgendwie Schaden genommen. Normalerweise wäre ich... Eigentlich hätte ich gedacht, ich sterbe jetzt. Die ganze Zeit, ne? Aber nö. Ah, eine Lohre habe ich gefunden. So, wo ist der andere jetzt hingerannt? Ich brauche Pfeile. Ach du Kacke. Ah! Ah! Okay. Alles klar. Der hat mir einen gegeben. Ja, hau ab. Ich habe keine Munition mehr. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ah! Hu hu hu. Okay. So wie zum Thema, äh... Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ist denn das da hinten? Ne. Ich brauche... Ja, da. Da muss man ja überall aufpassen, wo man ist, ey. Überall kommt irgendwas, ne? So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht genau, wo ich... Ah. Okay. Keine Waffe. Keine Waffe. Ach, das habe ich jetzt erst gesehen, dass ich da noch so ein geiles Schwert habe. Oh, geil. Ja, vielleicht bringt das was. Wer weiß. So, zwei Lohre brauche ich noch. Das nehme ich lieber mit. Ich glaube, das kriege ich von diesen Pferden. Ich glaube, das kriege ich von diesen Pferden. Gut, 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 gut. Ja, so ist fein. So ist fein. Ich bin bereit. Ich habe keine Reise. Okay. Ja. Machen wir es halt auf den Weg. Ja. Ach. Okay, jetzt noch eine. Wo ist das nächste Pferd? Eins brauche ich noch. Irgendwo ist doch noch ein Pferd. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, das ist nicht mein Problem. Was ist denn da? Ah. Ist das das da hinten? Was ist das? Nee, das ist normal. Oh, oh. Da ist es. Ach nee, wir machen es lieber so. Bäh. Okay. So langsam habe ich es ein bisschen raus. Yes. Okay. L1 gedrückt halten. Ah. Um das Waffenreiz zu öffnen. Was wähle? Ja, ja. Mit R aus und gedrückt halten. So. Jetzt habe ich Feuerpfeile. Und wie viele? Zehn. Zehn von zwanzig. Ich brauche noch Fleisch, ne? Irgendwo. Ja, das ist jetzt mein Ziel. Ach, da war ich schon. Hier. Läuferareal. Okay. Ich glaube, jetzt gehe ich erst mal, äh, speichern. Kleine Zähpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Kann ich nicht hier irgendwo speichern? Oh, jetzt bin ich ja vorbeigelaufen. Wo ist denn das Ding? Steininventar voll. Was machen denn die Pferde da hinten? Die gehen ja schwimmen. Ich wusste gar nicht, dass, äh, Strom oder Technik und Wasser sich, äh, so verstehen. Wie kann ich die eigentlich verscheuchen? Ich glaube, oh. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich muss speichern. Irgendwo. Da. Ist das jetzt so ernst? Ich muss jetzt da hin? Na gut. Also, dann werden wir die mal, äh, schnell erlegen. Und, äh, speichern. Boom, bitte. Hier ist Olara. Ja, ich habe gerade leider keine Zeit für dich hier, Olara. Das reibt ein bisschen. Ah, da ist ja auch noch einer. Ich wäre, ich wäre aber kein Feuerpfeil, ich wäre ein normaler Feinjägerpfeil. So, ich will die nämlich nicht verschwenden. So, ich will die nämlich nicht verschwenden. Ich wurde schon gesehen. Hier rennen ja überall diese Dinger rum. Da hat man ja gar keine Chance, überhaupt mal ans Ziel zu kommen. Wenn man die ganze Zeit hier, äh, sich hier durchlummeln muss. Äh, ja. Bis ich mal speichern kann, du, ist ja auch schon eine Ewigkeit vergangen, du. Echt jetzt mal. So. Jetzt, meine Lieben, werfe ich einen Stein. Genau hier hin. Wenn ich Glück habe, anscheinend nicht, er zeigt mir sein Hintern. Ach, weck mich doch. Okay. Oh, oh. Okay. Okay. Das hat wohl nichts gebracht. Ja, ist klar. Schnell ducken. Oh, Oh,o. Okay, das heißt, jetzt muss ich eigentlich nur noch an denen da vorbei, aber ich muss ja irgendwie... So, schnelle Speicherung. Wem muss ich helfen? Ach, ihm. Okay, jetzt erst mal auf die Karte gucken. Eigentlich muss ich ihm gar nicht helfen. Ich muss ja eigentlich nur da runter. Hier. Okay, also... Okay, ich muss jetzt leider aufhören, weil ich muss noch schlafen gehen. Das waren jetzt 25 Minuten circa. Ja, sehr schwer. Ja, halt doch mal am Mund. So. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde versuchen, noch ein paar mehr zu machen oder zumindest weiterzukommen, aber ich habe leider nur ein bisschen... Ja, nicht so viel Zeit. Mein Bestes und ja, beim nächsten Mal gehen wir hier runter und reden mit Karst um die falsche eine Stolperfalle. Also da erstellen wir eine Stolperfalle, die wir irgendwann in der Nacht brauchen. Oh, ich habe herausgefunden, wo man zoomt. Ach, das ist doch cool. Also, wenn das jetzt schon... Wenn ich jetzt wirklich ernsthaft von hier bis dahin so eine Ewigkeit gebraucht habe, dann brauche ich ja bis da oben, wenn ich wirklich alleine laufe, äh, den ganzen Tag. Ne. Also jetzt erst mal Spaß beiseite, aber, ähm, das Spiel ist geil. Ich bin immer noch fasziniert von dieser 3D-Ansicht hier in dem Spiel. Das ist echt so geil. So richtig geil. Okay. Also, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.